Habe ich keinen Bock 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 Ich bin faul für Hahaha, ich war schnitt, ne? War nicht so viel Arbeit, Pipp Das sind die Bäume, die man nicht abbauen kann mit Timber Dass die einfach so in der Luft fliegen Alter Wenn Pipp das darf, darf ich das auch Kann man denn größere Rucksäcke machen? Wenn Pipp das darf Beutel Beutel meine ich? Ne Oh Warum nicht? Weil Minecraft alles immer schlechter machen muss Warum wir Schalker boxen, Leute? Ich sag's euch Feinder Schalker boxen oder Schalker boxen? Hm Nicht verwechseln Nicht verwechseln Junge, was ein geiles Wortspiel Beides gleich Aber Bro Warte mal Kickspiel? Tippspiel? Moment War einer der setzt auf Schalk oder sowas Nein, nein Ja! Platz 5, Alter Geil Nur noch Acht Punkte auf den ersten Nice Lever Kuhner Lever Kuhner Bitte gegen Scheiß Bielefeld gewinnen Hallo Alle haben gegen Bielefeld gesetzt Und Bielefeld gewinnt gerade Was soll das? Bielefeld ist halt Bielefeld ist halt Bielefeld Ja Ne? Ja doch Bayern 3-3 gespielt Der ist Bayern, Alter Ich geh mal lieber 1. FC Köln an Die sind krass Und die gewonnen? Wo sind die eigentlich auf der Tabelle? Warte mal Die sind bestimmt richtig gut, oder? Ja, ja, ja Tabelle So, da haben wir Platz 18 Schalke mit minus 50 Punkten Ei, ei, ei Minus 50 Punkten, oder? Nein, das ist die Tordifferenz Sorry, die haben 10 Punkte Ups Was ist denn das minus 50, Patti? Das ist die Tordifferenz Oh, Respekt Ja, die haben 16 Tore geschossen und 66 gekassiert Schalke hat nur 16 Tore geschossen? Ja Boah Amelie Bielefeld hat 19 Tore geschossen Auch weniger als ich dachte Alter Köln hat da schon 23 Tore geschossen, Alter Die können ja alle noch absteigen, WTF Köln ist ja mal auch wieder richtig scheiße Gott, ey Imagine, du bist ein Köln-Fan Das geht fast nicht schlimmer, ne? Doch, Bayern Das sind nämlich nur die Fans, weil die immer wissen Die gewinnen immer Deswegen bin ich Fan Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich Ja, siehst du Ja? Ja, siehst du Warum bist du denn Bayern-Fan? Weil du in Bayern wohnst Er mag die Farben Richtig Mag die Farben Farben, naja, ok Weißt du, bei Luca verstehe ich das, weil es in der Nähe Bisschen Bisschen die Zuschauer nicht Der wohnt quasi am Stadion Im Im Stadion, genau Ähm Ja Man, ich brauche Eisblöcke Ja, geh doch in die Tundra, Alter Oh Mann, ey Ich weiß nicht, ich brauche Man kann auch Eisblöcke craften, oder nicht? Nein Ich dachte, warte mal Das ist nur dieses Packed-Eis-Abbauen mit Silk-Touch Eis, das offizielle Wiki Was ist das denn da? Riese Hat euch irgendwann mal wieder so ein normales Dungeon gefunden? Ne Bäh Silk-Touch, Leute Ja, ich habe Silk-Touch gefunden Echt? Ne, hast du nicht Ernsthaft? Ja Was? Auf einer Schaufel Auf einer Grundschaufel Ey, aber kann man das nicht irgendwie, kann man sich trotzdem benutzen? Nein Das ist ja nö Mann Ey, wofür habe ich die Scheiße jetzt mitgenommen? Dann kann ich auch wegwerfen Also, ob ich damit nichts abbauen kann, außer Xlid, Alter Ja, was baut man damit ab? Cool Cool, sowas Ey, man muss doch damit Sachen abbauen können mit der Behutsamkeit, Scheiß, oder nicht? Vielleicht auch Eis Blätter Hi, Vido Ja Ja Äh Ich hab hier Play Games Bisschen jetzt schon Gleich mal aufs erstmal der U fliegen die Bienen, Alter Da ist das irgendwo ein Stock 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 Jetzt mach ich auf der Arbeit auch immer Wie beim türkischen Mitarbeiter Mit Tünchen? Äh So, ihr Bienen, wo ist euer Nester? Nester, Schwester Ja Ja, es geht! Geil Äh Sick Aber die krieg ich jetzt, hast du gesagt, ne? Nö Immer Bleiben wir die mal bitte aus, ja? Ich brauchts drei Eis Ja Ja? Ja, gegen die Bezahlung Was? Einen Netherite Barren Machen wir Was? Siehst du? Ist alles teuer! Ja, ist richtig teuer Ja Bei ihrem Bonus Oder ein Oder zwei Diamanten Äh Das ist doch alles, was du hast, oder? Ja Ja, da ist er doch zu Lass mal grad die Katze raus, warte Woll euch nur I need some Wheat 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 So, Freunde Wo krieg ich denn Eis her? Aus der Tundra, Junge, wie oft denn noch? Ja, haben wir eine? Ich glaub, Janis hat doch mal eine gefunden, oder nicht? Neben der Wüste irgendwie, direkt Janis, hast du ne Tunte gefunden? Ja, ich seh im TS Willen jetzt Ja, ich hab echt mal eins gefunden Du weißt ja, beim Kartakunde hast du ja vielleicht ne Tundra gesehen? Moment Ah, ich hab die gerade nicht dabei Ja, hast du also so Eisbiom-mäßig was? Eis, Eis? Ja Berge? Berge? Ja Mit Schnee drauf? Ja Puss mal auf, Patrick Ja, aber das ist kein Packed-Eis Soll ich nicht Doch, du kannst andere nicht abbauen Hier steht Eis Eis abbaubar Im Wiki Ja, aber das schmilzt doch Wenn du es hinstellst Kann er nicht? Das ist Packed-Eis Wenn du das bei dir Ja, ja, ja Man kann neun Packed-Eis doch craften zum Eis-Dingens Was? Ja, man kann doch normales Eis umcraften zum Packed-Eis Echt? Okay, das ist geil, Alter Das schmilzt nicht, oder was? Ne, das schmilzt nicht Ne, das schmilzt nicht Alter, voll OP Das tun die doch auch sogar ein Nether mal bauen und so Um schneller zu laufen Oh, jetzt gibt es ja Soul-Speeder, ne? Ne Oh, Patrick Zuhause Gleich, ja Da bin ich 8000 Blöcke gelaufen Alter, ein Flauungstisch hier liegen Was? Ich weiß, in welche Richtung die Berge sind Wo ich herkomme sind ganz viele Berge Mit Schnee drauf Ja Und da hinten ist auch Berge mit Schnee drauf Direkt hinter Lukas Haus By the way Da, wo du gebaut hast Das erste Mal Dahinter Da kommen sie grad So, war das ein bisschen da zu gehen, Alter Ja, das ist Pip Doch, da bist du Ne, das ist Pip Doch, da bist du, oder? Ja Pip hat halt genau nur Brustteil an Wui Geh mal, geh mal Geh mal, geh mal Geh mal, geh mal, geh mal Ach, ne Goldstaufel Ja, deswegen Kannst du auch nicht so viel abbauen Ja, ich brauch ja nur 20 Ja, verlih die, verlih die Ernsthaft? Aber bitte verlih die nicht Ich reparier die, wenn die kaputt geht Ja, weil ich Wollt die reparieren? Ja Ja, doch, stimmt, kann man Ja, ja, kannst du Ich würd unbedingt die Bienennester bauen, Alter Hab ich auch vor Toll 14 Uhr 13, Alter Ich glaub es nicht, ich hab meine Maschine immer noch nicht fertig Ich hab einfach nichts gemacht Ja doch, ich war ja in der Höhle Doch, du hast meine Sachen geholt, Paddy Ja, stimmt, wo bist du? Eigentlich Aber die, äh, die Die Dingsblöcke Die, die rosten nicht mehr so schnell, ne? Also bei mir waren die relativ schnell Ich glaub eine Aufnahmesession Dann waren die schon direkt grün Bei Yannis Irgendwie so zwei Blöcke erst Haben sich angefangen zu verfärben Alter Jeans Ja, wo ist denn Yannis? Komm mal Ich tu schon mal dein Fleisch Ich hab einfach noch Kohle mitgenommen Ich glaub die ist auch von dir Ich tu das bei dir schon mal da rein Kannst du Ja Ich glaub ein Steck ist auch von mir gewesen Aber scheißegal Irgendwas mach ich denn? Ich wollte doch zum Oh, ich wollte doch zum Wasser gehen Warum friert das Wasser da hinten nicht? Friert das Wasser nicht? Kannst du es nicht frieren? Wo ist zu tief? Ah, das fließt auch Fließendes Wasser frieren Friert Eh, nicht Oder? Ne No probleme Ich will das hier in deine Kiste rein Yannis Die drei Name Takes Braustand Groß Fleisch Jetzt noch Hier Huso Und den verzauberten goldenen Apfel war von dir Da drin Deine 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 Disc Geil, Alter Auf den Schwallek Ja, und hier Fatomaut Kannst du auch haben Weiß ich was das ist Und das hier war auch da Ja, das war's Das Fleisch ist bei dir schon im Ofen Zwei Stacks Buh Danke Geil Luca D, 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 D Luca bist zuhause? D, D, D Nö Nein, Phantome Wie viel Leder brauchst du? Mach nicht viel Weiß nicht, ich brauch halt unten meine Drei, sechs, neun, zwölf Ähm 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 17 Bücherregale Also 17 mal drei Aber ich hab schon Zwei glaub ich stehen Also 15 15 mal drei Sind 45 Tue ich dir Können wir schlafen? Ich stell ne Kiste in deinen Raum Mit 45 Leder Okay Hab ich gemacht Danke Warum machst du so viel? Hast du die Einstack 45 gehabt Ich hab die Kühe auf dem Weg hierhin einfach weggeslaudert mit Mit Plünderung Nice Boah ich will eigentlich so gerne Unten bei mir so ein Ich weiß nicht ob da bei mir drin war es in den letzten paar Stündchen Aber Ich will da eigentlich Ich hab so vier Räume quasi wo ich reingehen kann Einen da will ich so So ein Chanting Ding und so ein bisschen Brewing Stand und so mäßig In einem so einem Lagerraum Aber das Lager möchte ich gerne in so einem Kreis haben Und ein Kreis in Minecraft Ja Können alle rein Hast du mir gar nicht zugehört? Perfekt Doch hab ich Okay Das ist ein Kreis in Minecraft ist halt schwierig Ja Geht's auch wieder kurz Geht's halt einfach Patty Was? Geht einfach Weird? Doch nicht ey Was? 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 Perfekt Das ist ein Kreis in Minecraft Und das ist ein Reich Und ich habe einen Kreis in Frankfurt